Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Unter einem Video, ich glaube es ging um das Get Ready With Me Video, poppte in den Kommentaren ein Thema auf, was ich sehr spannend fand, nämlich das, sich nicht gesehen fühlen. Und ich rede da immer wieder auch mit einer Freundin drüber, weil ich habe das Thema auch. Ich würde sagen, fast jeder hat dieses Thema, sich nicht gesehen zu fühlen. Vor allem wir Frauen, vor allem wir Mütter. Ich komme gleich im Laufe des Videos darauf, warum das so ist. Aber ich glaube auch viele Männer und bei denen ist es aufgrund dieser toxischen Männlichkeit, die sich das nicht zugestehen dürfen und die sich dann oft eben in Beziehungen oder im Job auch nicht gesehen fühlen. Und was ist das eigentlich und woher kommt das und wie schleicht sich das ein und was können wir dagegen tun? Darum geht es in diesem Video. Ich habe mir einen Stichpunktzettel gemacht, weil ich mich bei solchen Themen gerne super schnell verzetschle. Und vom Hundertsten ins Tausendste komme. Und das soll hier kein so langes Video werden, damit ihr euch auch das hoffentlich zahlreich anschaut. Wenn wir dieses Thema haben, uns nicht gesehen zu fühlen, dann machen wir unser eigenes Wohlbefinden von anderen Menschen abhängig. Von der Anerkennung anderer Menschen, von der Akzeptanz anderer Menschen. Und warum ist es so? Das sind ganz oft Muster, die schon in der Kindheit entstehen, weil wir da einfach abhängig, also wirklich lebensabhängig von unseren Bezugspersonen sind, von unseren Eltern sind. Und wenn wir uns von denen nicht gesehen fühlen, ist es, dann macht es was mit uns. Und ich komme gleich darauf zurück, wie sich das in unserem heutigen Erwachsenenleben zeigt. Aber es entsteht prinzipiell schon erstmal dieses Gefühl von, ich werde nicht gesehen. Und das kann ganz viele Gründe haben. Das kann Gründe haben, weil wir unsere Gefühle nicht ausleben durften als Kinder, weil wir für unsere Eigenarten nicht gefeiert wurden, sondern abgewertet wurden, weil wir darauf getrimmt wurden, uns anzupassen und nicht so individuell zu sein, weil wir in Formen gepresst wurden. Du musst gut in Deutsch und Mathe sein. Dass du gut in Kunst bist, ist scheißegal, das interessiert niemand, das wertschätzt auch niemand. Und da geht es bei den meisten los, dieses Gefühl zu haben, nicht gesehen zu werden. Und dann ist es ja, wie sich eine selbst, eine sich selbst, ich hadere immer an diesem Ausspruch, selbsterfüllende Prophezeiung. Wir leben dann nach diesem Muster, sich nicht gesehen zu fühlen. Und wir tun selber ganz viel dafür, dieses Muster aufrechtzuerhalten. Indem wir uns Partner suchen, die uns nicht sehen. Indem wir in Jobs rutschen, unter Chefs arbeiten müssen, die uns nicht sehen. Indem wir uns selber in Muster verstricken, die dafür sorgen, dass uns andere nicht sehen. Zum Beispiel entwickeln wir Hautkrankheiten, Übergewicht, um uns zu schützen, um einen Mantel, um unser Strahlen zu legen, um nicht gesehen zu werden. Und das ist zum einen dieses Muster, weil wir das schon kennen. Und unterbewusst, weil sich da Glaubenssätze festgesetzt haben, unterbewusst treffen wir Entscheidungen. Die dazu führen, dass dieses Muster weitergeführt wird, dass wir nicht gesehen werden, weil wir selbst dafür sorgen. Aber es ist auch ein Schutzmechanismus, weil wir eben Negatives in der Vergangenheit erlebt haben und uns davor schützen wollen. Und dann ist es manchmal Schutz, nicht gesehen zu werden. Ja, das hatte ich jetzt alles gesagt, aber wir haben trotzdem in uns diese tiefe Sehnsucht nach Akzeptanz, nach Anerkennung des Menschen, der wir wirklich sind, mit all unseren Gedanken und all unseren Gefühlen, weil das eben so tief in uns verankert ist, weil das was mit Sicherheit zu tun hat. Als Babys brauchen wir diese Sicherheit. Wir sind abhängig davon, dass sich andere Menschen um uns kümmern, uns mögen. Aber auch wenn ihr an früher denkt, wenn man aus einer Dorfgemeinschaft verstoßen wurde, hat das auch oft den Tod bedeutet, weil man selbst nur schwerlich überleben konnte. Und das ist bis heute eben, auch im Jahr 2024 oder in unserem Leben als Erwachsene, noch so verankert. Wir wollen eben erlebt werden, wir wollen beachtet werden, wir wollen verstanden werden, wir wollen akzeptiert werden mit all unseren Gedanken und Gefühlen. Und wer möchte das denn nicht? Wer möchte denn nicht in seiner Ganzheit gesehen und akzeptiert werden? Das wollen wir doch alle, aber wir tun oft ganz viel dafür, dass das schon niemand kann. Selbst wenn jemand offen und bereit dafür wäre, er kann es gar nicht, weil wir Muster entwickelt haben, die uns davon zurückhalten. Weil wir uns vielleicht ganz unauffällig kleiden, ganz unauffällig verhalten, den Blick immer nach unten richten, niemanden in die Augen sehen, ganz leise sprechen, statt laut zu sprechen, keine Präsenz haben, keinen Raum einnehmen. Weil wir gelernt haben, das ist nicht gut. Und das ist so die Krux dahinter, dass wir selbst ganz, ganz viel dafür tun, dass das tatsächlich so ist, dass wir nicht gesehen werden. Und indem wir aber dieses unser Wohlbefinden von der Akzeptanz anderer abhängig machen, geben wir auch die Verantwortung ab. Die anderen sehen mich nicht. Mein Chef sieht meine Leistung nicht. Mein Partner sieht nicht, was ich hier für die Kinder und den Haushalt tue. Die Kinder sehen nicht, was ich alles für sie tue. Ich gebe die Verantwortung für mein Wohlbefinden, aber ich kann kein Geld dafür. Das sind ja die anderen, die mich nicht sehen. Aber es sind unsere Muster, die dafür sorgen. Und wir können immer bei uns selbst anfangen. Wir beginnen mit der Veränderung immer in uns selbst. Darum geht es jetzt. Nämlich das Ganze mal umzudrehen und zu sagen, ich sehe mich nicht. Und wo sehe ich mich denn nicht? Das heißt, wo übergehe ich meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Grenzen? Wo wertschätze ich nicht, was ich tatsächlich alles leiste? Wo überfordere ich mich immer wieder? Gerade wie Mütter. Und wo höre ich mir und meinem Körper und meinen Symptomen nicht zu? Also auch wir sehen uns selbst nicht. Wir wertschätzen uns nicht, unsere Taten nicht. Wir übergehen ständig unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, unsere Grenzen. Wir hören nicht auf unseren Körper, der eigentlich schreit, dass wir eine Pause brauchen. Wir sehen uns doch selber nicht. Und das ist, glaube ich, jetzt der wichtigste Punkt. Wir sehen uns prinzipiell erstmal schon mal selber nicht. Und das ist der Punkt, wo wir eben auch ansetzen dürfen. Also was tue ich selbst auch, um nicht gesehen zu werden von anderen, von mir selbst? Und wenn wir das jetzt umdrehen, wie kann ich mich denn selbst mehr sehen? Also wo kann ich meine Wünsche äußern, meine Bedürfnisse erfüllen, meine Grenzen setzen? Wo kann ich mich selbst wertschätzen? Und das ist so ein komplexes Thema, also Bedürfniserfüllung, ne? Wo kann ich Zeit für mich verbringen? Wo kann ich genug schlafen, genug Bewegung bekommen? Wo kann ich meinen Wunsch nach der und der Tätigkeit zum Beispiel erfüllen? Wo kann ich Grenzen setzen gegenüber meinen Kindern, meinem Partner, meinen Eltern, meinen Schwiegereltern, meinem Chef? Wie kann ich mich im Alltag mehr wertschätzen? Und da so ein kleiner Tipp, ich habe so eine ganz kleine Journal-Routine am Abend, wo ich mir nur aufschreibe, wofür kann ich mich heute anerkennen? Diese eine Frage, wofür kann ich mich heute anerkennen? Und da kommen dann so, ich sag mal im Schnitt, fünf Punkte drunter. Sich einmal am Tag zwei Minuten Zeit zu nehmen, um wirklich tatsächlich sich selbst für das, was man heute geleistet hat, wertzuschätzen. Dann machst du dich unabhängig davon, dass das von außen nicht kommt, weil wo sollte das bei mir tatsächlich auch im Außen herkommen? Das muss aus mir selbst kommen. Aber wir müssen uns diese Zeit nehmen. Wir brauchen eine Routine dafür. Sonst machen wir das auch nicht. Wir brauchen einen Anker dafür, um das tatsächlich in unserem Alltag zu etablieren. Und wenn wir das schaffen, dann übernehmen wir wieder die Eigenverantwortung. Dann sind wir ganz aktiv in der Gestaltung unserer eigenen inneren Zufriedenheit. Dann übernehmen wir wieder das Steuer. Dann übernehmen wir die Verantwortung. Wir geben das nicht mehr ab. Wir sind nicht mehr das Opfer. Wir kümmern uns jetzt selbst darum, gesehen zu werden. Und das Verrückte ist, wenn wir dann anfangen, uns selbst wieder mehr zu sehen, sehen Stück für Stück auch die anderen uns wieder, weil wir dieses Muster aufbrechen. Weil wir dann plötzlich vielleicht auch das Selbstbewusstsein erlangen, die anderen Klamotten zu tragen, uns die Haarfarbe, die wir da schon lange im Kopf haben, färben zu lassen, eine offenere Haltung haben, den Blick nach oben richten, nicht mehr nach unten den Menschen in die Augen schauen. Lauter, klarer sprechen, Raum einnehmen. Und dann sehen uns auch andere. Und dann brechen wir eben auch diese Muster auf von, ich sorge selbst dafür, dass andere mich gar nicht sehen können. Und da sind wir immer an dem Punkt, an dem wir immer wieder kommen. Veränderung beginnt bei dir. Wenn du ein Thema hast und das aktuell noch vom Verhalten anderer Menschen abhängig machst, durchbrech das und schau, wo kann ich bei mir bei dem Thema ansetzen. Fühlst dich nicht geliebt? Dann fange an, dich selbst zu lieben. Du fühlst dich nicht gesehen? Dann fange an, dich selbst zu sehen. Ich hoffe, das Video konnte euch unterstützen und hat euch erste Impulse gegeben, was ihr ganz konkret tun könnt. Wenn ihr da weiter reingehen wollt und Fragen habt, stellt die gerne in den Kommentaren, wenn ihr jetzt sagt, okay, aber wie mache ich das jetzt mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Grenzen, mit meinen Wünschen, mit meiner Wertschätzung. Dann schreibt es gerne in die Kommentare, auch wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt oder so ein bisschen erzählen wollt, wie sich dieses Nicht-Gesehen-Fühlen bei euch äußert. Bei mir ist es tatsächlich so dieses, dass man dann manchmal einfach da so denkt, niemand sieht, was ich hier leiste. Niemand schenkt mir Anerkennung für das, was ich hier leiste. Okay, dann fange ich selber an zu sehen, was ich leiste und schenke mir Anerkennung dafür. Und ich durchbreche diese Muster von, ich gucke nach unten, ich mache mich ganz klein. Das habe ich nämlich als Jugendliche einfach entwickelt. Klein machen, still sein, nichts sagen. Schüchtern sein und ich werde groß und ich nehme Raum ein und ich sorge dafür, gesehen zu werden. Ja, ich freue mich, diesen Impuls bekommen zu haben von euch zu diesem Video. Es hat mir sehr Spaß gemacht, mir dazu Gedanken zu machen und das für euch aufzunehmen. Ich freue mich deswegen sehr über euer Feedback. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir sehr gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und teilt meine Videos sehr gerne mit anderen Menschen, für die das interessant sein könnte. Vielleicht habt ihr euch erst letztens mit jemandem darüber unterhalten, dass er sich nicht gesehen fühlt. Dann könnt ihr ihm jetzt dieses Video weiterleiten. Ich danke euch sehr für eure Unterstützung und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.